denn sie ich mache mich in die Zukunft ich kann das verstehe ich jetzt aber nicht mehr wir sind jetzt in Bericino aber warum ist das mit einem Meer ich höre die ganze Zeit Wasser so ne warte, das ganze Ding ist Bericino, da wo man vorher wach ist, ach Bericino nur das hier ist anscheinend irgendwie äh Stadtmittel so wenn ich das jetzt richtig interpretiere so suchen wir da noch ein paar Häuser ab da wo ist wieder beim Panzer jo ja treffpunkt Panzer, neue Whatsapp Gruppe ja gleich machen Hashtag Panzer ja ja Hashtag Panzer, Hashtag Alpha Hashtag Alpha Panzer hohohoho witzig nüt also und und ja oder es ist jetzt in dem ganzes Spiel noch nie ich seit ich das Spiel habe ich noch nie eine Schrotflinde gesehen aber Schrotflinden Munition ohne Ende Du hast Ategut gefunden nicht nur du Thunfisch Wasser noch brauchbarer machen und eine Spritze habe ich gefunden das ist bestimmt das was Ategut wo ich vorhin gehabt habe da 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 ähm das ist voll beschissen hey, sag doch sowas nicht was für infiziert ja, Infektion die ganze Zeit hab ich nix gehalten, so haben sie mich so oft geschlagen jetzt muss ich so gutes Zeug haben ich hab grad cool hier war's Reise gewonnen Alter in DayZ gibt's alles das ist voll lustig ja, schau hin, welcher Maus bist du drin? komm, ich dachte, da gibt's nicht schon hä? ich bin gekriegt durch den Panzer ich bin jetzt wieder beim Panzer ohne Journey hopp jetzt zieh ich auch in Journey, komm wir mal ein kleines Lager voll ohne Holz ohne Pfeil ich hab's ich hab ich hab Vero gefesselt jaaaa hat mich gefesselt warte, das will ich jetzt sehen ey Leute, ich kann nur rückwärts gehen, was ist das von Bullshit? Mit resposta malchy ир oder aber ich bin gefesselt ich wirst nicht, ich wär's nicht so verholt wie diese Folge heißt okay Johnny, das heißt nein so jung, so geh valent dann wird so die Strasse ich hab' Bock die Strasse umzugehen wir wollen am Ort mit einem Krankenhaus oder wir gehen in Erfie Grafnosterft durch die Schule Grafnosterft der Lafine das Schöne und das Schöne Lauf Lauf und siehe die Antetel bettetetetetetetetetetetetetetetetetetbetreinfurt DunQ halt jetzt sehr bereit Middle um also пареньüsen ЯBen da und die gibt es doch das ist der Hälfte und eine Möse viel vervielten Obst wenn man geht leicht weg es wird erhält im Endeffekt zwei Euro die Termin mit dem Jahr wenn er um hat er macht er sagt ich möchte muss er auch viel Obster gemütlich er genau aber das Wort im Sonntag gewohnt ist da kommen gut Prozent Köln er auf den Stolzbruch jetzt mit dem Wurzeln weil ich auch schon gesagt habe ich doch mal große Häusern Jungs in die große es gibt das Grund mir gut tun das neben dran und schon die Kinder er ist da das ist auch Pokal Halbfinale hat sich der Pokal zu Hause gegen Dortmund muss ich hier mal noch eine Kiesel oder Hanger Hanger oder Hormund Boah jetzt geht's ab manchmal in meinem Haus wirklich nichts die Sonne ja komm raus ich bin noch nicht fertig das ist wir kommen noch ab nun mal den neuen das ist das dort für die einen damit man dann dann erkennt man sich viel besser das war mal Bostol er hat mir machen aber jetzt macht er nicht mehr erhältlich in der und jetzt den mitnehmen kann er immer noch nicht heißen und das wegen erständlich die ausdrucksweise nach dem 10 ein Buch nur zur Straße nach dem Geld die Putkin ist nicht hier Kro zum Haus kann man bestimmt auch noch was holen wenn die Hälfte das war ich weiß wie das steht und durch mit 3 noch kann ich ja erlässt ich will noch mal die Farbe sehen, Alter. Jungs, nur Dornen, die lange Halle sind. Gut, ich bin schon unterwegs, dann. Fuck! Ich muss mich halt weg, Johnny. Mir liegt nichts, oder? Ja. Töne mal auf. Du, 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 du. An. Geil. Okay, wer kriegst du gerade und hat eine Mauer durch? Ich. Ja, ich hab das gesehen gerade. Gutes Versteck. Hat was gesehen. Ein Pilz. Cordyceps. Nee, push mich nicht weg vom fetter Sack. Noch zu den Kot. Cordyceps. Der Pilz aus The Last of Us. Der alle Menschen ganz glücklich macht. Nee, Ameisen. Nee, Amei. Nee. Ja, den Pilz gibt's wirklich. Schon. Tritt halt nur bei Ameisen auf. Der vor der Pilz vom Mutieren will. Oh, mega leck. Der vor der Pilz. Ja, der kann auch bei Menschen auftreten, nur nicht so extrem wie in The Last of Us dargestellt. Was schon mal von dem Wort mutieren, irgendwie. Und so Evolutionsmedizieren, wenn man so ein Mensch ausrotten. Danke, ich kann nicht mehr leben jetzt. Jetzt haben wir nichts zu. Jetzt haben wir nichts zu. Ja, Johnny träumt jetzt vom Geist an seinem Schrank. Ja? Mein Sick ist weg. Wie? Ja, also. Oh, Gott sei Dank. Läuft. Also es wird mir nicht mehr angezeigt. Ja, aber das Bildschirm ist trotzdem weiter. Aber das ist mir gerade so geschiss. Hauptsache, hab ich überlebt. Das Teste, ich muss nur vor mir sein Umfeld. Das hoch so überleben. Da hier. Hier, das Achtung Kühe-Schild. Don't do drugs shiltern. Oh, ja. Pass auf, jetzt, da kann man Kühe. Ne, Adet mal, Adet mal, nämlich soweiß, ne? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. 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 Da sieht man nur die Fußabdrücke vom Nils. Was denn schon jetzt? Ah, oder Nils. Ja, das ist gut. Wovor ich am meisten Angst habe. Vom was? Das ist ein Zombie-Spiel hier, ne? Wenn die auch irgendwann so Zombie-Tiere rein wollen. Nee, Zombie-Tiere nicht. Das wäre unfair. Aber Tiere. Tiere. Gibt's bald. Ja, so ne Zombie- Tiere gibt's schon, aber die Hasen machen auch so Zombie-Geräusche. Außerdem kannst du die nicht abschlachten. Ja, das ist scheiße. So Zombie-Kühe wären schon Quibi, ne? Weil ich jetzt nicht krank bin, denk ich, mein Bildchen wird eher farbig. Keine Ahnung, mein Gott, bei mir was net zu. Mir muss ich mir krank. Egal, weiß, vielleicht wird irgendwann mal alles hinzubekommen. Alter, Nils? Bei Dortmund spielt die Vidal. Na ja, wenn die ne Kaufen. Ehrlich gesagt, Farb ist mir grade so egal, ob Sie überleben. Prozent aber leider macht man jetzt und wird berühmte letzte Worte die Farbe ist mit euch scheißegal ob es überlebt ein Jahr alter ich will sind verrecke ich hab doch Rucksack und alles vielleicht kommt die Farbe wieder hin zur Sonne ich bin doch gerade drin jetzt da warte ich hier kurz wenn man die Treppe hoch gehen wird danke aber in dieser Karte wohl auch mal jetzt gerade hin jetzt Richtung Kassenachdach da gibt es eine Waffe das ist ein Waffensymbol das ist ein Waffensymbol ah ok äh dann gehen wir aber noch mal Deckung ne diesmal war ich mal nicht zu rennen da gibt es viele Blumen Johnny ich bin doch nicht auf der ich bin hier 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 äh ich bin hier ich bin hier ne doch jetzt oh doch boah Alter er darf nur hin in eine Waldremise hä ich bin vor voll creepy Johnny und Johnny Johnny ja Entschuldigung ich hab keinen Platz für ein Grundbegräder kein Platz hä 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 ich bin ich jetzt preller oder so doch ich kein Platz für ein PC das ist bei dir falsch bei dem Laptop steht nur auf meinem Schreibtisch ne echt jetzt dachte ich jetzt ist ein Glo ne aber PC ne aber PC dann schreibt ich schalte und das hat so ein maus ist endlich saß um schreibt sich drauf was ist doch kein Platz und was ab nächstwoch kommt schon die Funktion richtig fette Alienware PC alles auf höchste Grafik für heute er geht schon ab jetzt wer hat die Gewalt in Alienware Laptop ja ja habe ich das Video gesehen oder dieser Hohensohn und der Einstieg am Anfang so fühlt weil ich will der Laptop so aufwahl anmacht das war ein Sacker was wir verkosten die eigentlich so rum Alienware wir müssen noch recht tausend irgendwas oder mehr an die Tausend und trotzdem hätte er was er hast du ein PC für einige Jahre das ist ein netz Sinn ja außer du schrottest ihn doch erst mal Leute guck mal was ich mit meinem Bier kann Zitat Jonny ich brauche erst mal 400 Euro für die PS4 Playstation schon verkauft die 3er ich brauche erst welche PS4 aber sonst kann ich ja nix mit Sachen alle weise entscheidung weise entscheidung trotzdem ein bisschen egal Johnny ähm äh Johnny sahne schon nie jetzt am Airfeed passen wir trotzdem auf ne ja diesmal war ich schon mal nützerin ja uaaaaaah jungs ich glaube es frei Prozent aber ich steh das mal Johnny vor der lebt sowieso und am Ende sein er laugt da hinten dann steht er da vorne hinten dann steht er im Toronto die Schiefe einfach auf den auf der Stelle laufen denn Johnny und die Schu... Johnny steht auf dem Himmel hin und hau dann voll die ach in de Koppe hallo Zombie oh leck er seit einer halbstunde nochmal Zombie gesehen ja, den holst du dir Schalalalalalalala 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 Oh, du bist einfach Kackei an ihr! Was macht ihr eigentlich? Ja, ja, wollen wir! Halt die Schnauze, du lauter! Anneliese, boah! Was haben wir da auch in die großen Lager an? Nee, mit dem Ding hat das nichts drin Alter, ich hab halt noch nicht einmal Planetzeit gespielt, was geht eigentlich? Manchmal war ich grad... sich an mir vorbeigebacken, jetzt zu reportet Ich glaube, ich war ja Aber er längst, oder? Ich bin schneller als nie, das kann nicht Sinn, nee, nichts ist davon Ich bin grad an euch vorbeigebracht Ja, 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 Johnny, das ist Johnny Warte Das ist ein Johnny Johnny Es ist mir erzielt, wie ich mich für die Eugriffe eines Zombies Komm her, fight fight, komm Nein, nicht Nein, pack die Axt ein, hier Johnny, pack die Axt ein Junge weiterlaufen Ex eigentlich weg Reiner muss weg Je nachdem, je nachdem, je nachdem, die Axt auf welches fällt, du bezauberst Ach so, okay, 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 schon gut, schon gut, ich Ich hab, ich weiß es eigentlich nur, ich hab aus Langweil gefragt Ja, klar Klar Klar, Johnny Oh, Johnny Warum hast du kein Gewissen? Du, 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 du Hier ist? Ja Ich hab ne Axt, das weißt du, ne? Ich hab auch ne Axt, das weißt du, und ich kann besser mit der Axt umgehen, wie du Und ich hab nen Controller in der Hand Und ich hab nen Penis Pff Das war sowas von irre geplant Actually serious Ja Warten noch kurz, ich hab noch grad nehm Soviel ich Nih, Moment Da Was, das ist ein Fisch? Ja, in dem Haus ist ebenfalls nix drin, es geht ab So ein Spiel lassen drauf Der Tum, der Tum, der Tum ist ein großes Haus Oh, das sind wenige Erstmal davon in das große Haus rein Ja Anneliese Brown Ah Also wohl von abgesehen, ne? Von Pff Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler werden uns ja wohl Kenner am Airfield erwarten Hoffe ich mal Gesse Das haben wir gestern auch gedacht Wo auch so viel Spieler Und guess what? They fucked you at the Air Force, äh Was? Wo war hier gerade Zombie? Ich hab Arena gehört Wo war der? Ja, das war ich, ich hab kurz so ein gorgeous Geräusch gegeben Der kommt von rechts St actually Ich bin der Luca Oh Jesus Christ Hey, ab Freitag möchte ich mich ansetzen Hallo, ich bin der Bebe Das war's mit den neuen Abonnenten R hinsicht wird auch hier vor Ort und vorliegen das Bistur ich bin aber spiel ich bin aber spiel ich wollte gerade fühlten wir wollen Kanzler aus 10 wenn man vor allem vor allem Anneliese ist war auf die Tüllexien und hinsetzen hinsetzen Leckerfeuer erloten können auch wieder aufstehen Proben bei mir mehr an der Karte ich will jetzt sie wollen aber jetzt kommt an ihr blockieren dort drüben große Häuser hat er gerade bei mir geschrien er kommt Johnny 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 er erweckt er hat er spiel doch nicht zu dem warte 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 Johnny ich kann der Verbandszeug gerne ah ok Ok auch in der Arscher-Soppern das ist gut erkannt man ist ein Teil die Ding ich zog viel vor dem Zocken der sind aber m sie das hast du auch gut erkannt du bist ein richtiger Genius aber ich was sagen am Samstag nachmittag kommt nicht auf dem D ein Blatt dann ein das hat er zu tun wie man sich operieren lässt also ich war sobald ich es ist für die Kürze der Kriegsseberat die Schöne du bist um die Gründe und die Städte ja der Wunsch das Wort gleich so und dort und dort ist es in der Hälfte das heißt es wird wenn man ziemlich sicher dass beim Luka am Anfang zu laufen wird wie beim Johnnie und vom Anfang mit dem Spielklar kommt Heizkurser und Spiegel eine Dose Jungs Jungs meinte mein Charakter will nicht mehr spielen was ist hier los ohne Scheiß ich hab schon so viel Vorrede gesammelt er hat mir auch am Samstag am Samstag geht ab wenn ich am Samstag überhaupt noch lebe genau bis wenn ihr bis Samstag überhaupt noch lebe also wir haben uns schon beschlossen wenn wir Waffen und die Gegner mit Waffen knallt man es direkt ab dann kann man lassen was lebe ja wenn ich ja mal kommen das ist klar ich ja du bist feindlich ich bin er feindlich Töte ja ich ob das Haus noch nicht fertig aber wie lange brauchen wir das wird schon gesagt aufbauen soll sich nicht suchen wenn man so schlicht Deko angucke komm ich raus Tine Wittler Tine Wittler bei DayZ diese Wohnung ist nicht schön eingereicht aber noch 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 ich brauche auch eine Gasleitung wenn Johnny aus dem Haus rauskommt guck ich mal noch grad in dem Schubel hier bei der Seite gibt es mir schon so Gaskanone Gaskanone ja Gaslampe ja sind wir die Gas Gaslampe ja sind wir ein Buch gefunden yeah unser Lebensgerät noch eine One-Hit-Axt woher Johnny bildet sich oh man macht das was ein was aus denn ja so fertig wird Haus ja bleiben auf die Straße irgendwann schneiden wir eure Abonnenten so ein Video zusammen und mal wohl einfach nur die Töne Straßes Zeit auf die Strasse von Robbio die neue Videoklick Rekordnick ja ich hab' jetzt großes Haus zeigt ihr aus auf der gepflasterten Straße das ist ein Warte einfach da unten die Klaßdorfs letzten Tag kommt weg gemacht die Bundeswehr noch ne Kiwi die Änderung gleich mal noch Johnny bleibt stehen ja ein Apfel lässt sich gleich und macht die Opfer nicht durchschlagen weg machen und wir sind nix ja ich komm raus so seid ihr trufen nö die ist all Alter, scheiß die Wand, dann da wärst du rauskommen. You don't say. You don't say? Ah, wir auch noch sind da. Yes, warum machst du ne Maske auf? Warum hast du ne Maske auf? Keine Ahnung, warum haben wir alleine ne Maske auf? Warum liegt dir Stroh rum? Du Maske, Bischmaske, Erzie ist Maske, wir alle Maske. Johnny, du Sau. Wir müssen einen Airfield suchen und da gehen wir nicht zu spürlich rein. Alter, Nils, ich muss hier gedocken mit den Verlängerungen, Alter. Moment, ich muss grad mal was essen. Na, dann ess ich grad mal mein Apfel. Richtig. Ne, in Spiel. Oh, ein Stress hier. Also für eine Frau isst du schön ganz schön viel. Wo ist Johnny? Das Spiel, ne? Das ist voll anti-feministisch. Villachiano verliert der Winter. Ginoa. Kann schon gleich sein oder was? Ginoa, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf Spielers noch. Abgesehen von uns. Dann wäre es acht insgesamt. Ja, nicht irgendwo wie groß das Spiel ist. Ja. Alter, oh. Also als für eine Frau laufsdauer ganz schön schnell jetzt. Hier sind die Masken, wir sind auch gut gut. Hier sind die Masken, wir sind auch gut gut. Wir sind die Masken, wir sind auch gut gut. Hier sind die Masken, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind. als die Maske hin und mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich glaub' ich glaub' ich hab' von Max nur so ja, wie war das, wo man den Mann hat, so wie sie sich behauptet, ich geh' mir dauernd sein Satz, ich geh' mir mal häng' bis nachher geh' mir mal häng' bis nachher was war ich nicht? was war ich nicht? Johnny, was tut denn da? na, hat er gesagt, ich hab' dich gesehen dann kommt er wieder so mir ist schwendlich ne, war das nicht so, ich hab' Bauchschmerzen ja, ich hab' Bauchschmerzen du hast dein Kopf gegen mich schon ich hab' Bauchschmerzen Johnny, du bist noch hinter uns? ja dein rechter ist schon oh, meint einer von euch jetzt den Wald rein Garnet, ich bin auf der Schmerz probieren oh, Servadon Anneliese Anneliese wo geh' mal hin? ich geh' mich mal aufrufen, das mach' mal hin ich glaub' ich weiß warum ja, während wir mal einen neuen Server suchen bis gleich, Leute ich hab' mal hin